Ah, let's play like a legend. Ach, geben auf Trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstun TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Hey, 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 hallo? Boah. Oh, ho, ho. Boah. Ah, gut, recht. Nicht doch immer. Oh, ho, ho. Oh, you set yourself up with an eagle opportunity. Sollte klappen, oder? Ja. Oh, oh. 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 Und jetzt gehen wir mal zu Harold Varner III. Er ist aktuell trailing seinen Rival. Wir sehen, was hier passiert. Da ist aber, wenn keine Pfade drinsteckt, dann siehst du das Loch ja nicht. Ach du Scheiße, die arme Sau. Hast du das gesehen? Hast du das hier gesehen? Rückenwind. 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 Ja, da weiß ich es nicht so richtig. Kann ich es so richtig einschätzen. Ich muss probieren. Halt. An. Ja, ich dachte, da wird mehr Energie geschluckt. Auch noch. Boah. Okay, nicht das beste Resultat, aber eine Chance, um zu hoch und runter zu kommen. Hm. Oh, wouldn't that have been nice. Und gleich wieder wegrollen. Hör doch mal auf, das ist doch nicht lustig. Das ist doch nicht lustig. Ja, das war klar. Bleibs jetzt mit's mal liegen. Also bei den Schüssen dann immer weniger Gas geben. Ziel näher ans Loch, aber insgesamt weniger Gas geben. Das würde ich machen. Vielleicht komme ich damit weiter. Mal sehen. Hey, das ist eine Chance. Ja. Eine blöde Boogie, ey. Mach mein Schwenigel kaputt. Ja, du hast nur einen Boogie auf der letzten Seite. Und er ist nach unten. Ich muss mich entspannter hinsetzen. Das ist ja so nicht gut. So, Gegenwind. Zwölf Gegenwind. Nöt. Hinter die Wiese wollte ich kommen erst mal. Die ist gut. Aber ich musste da nicht drauf räumen, ne? Ja. So, mehr hab ich nicht. Mehr hab ich nicht. Ich hab nur 80 zum wegschießen. Ach. Mit verstecken sie ist. So. Gegenwind. 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 So. Gegenwind. Ganwind. Ah. Ah, das war irgendwie überstehend. Schuss! Der Putt geht in, und das ist ein Back-to-Back-Pogies. Wenn man einen Fehler macht, mit einem anderen, um es zu spüren, dann ist es nicht gut. Ich habe nur einen Schuss zurück, da. Okay. Ich habe einen Schuss zurück, hier in der Ninth Hole. Und jetzt geht's mit Herald-Varner III. Er ist still. Er ist still. Das ist nicht sein Tag. Gibt's? Gibt's sowas? Aber doch nicht. Warum soll ich das bei Golfern nicht auch geben? Oh, wie viel Rechnerei. Eins, zwei. Eins, zwei sind aber keine zwei. Das ist eins. Eins sind wir da. So. So schätze ich. Verschätzt. Verschätzt. Jason Cockrek. Cockrek. Zwölf nach rechts. Oh-oh, wenn der Bunker zum Schluss. Tschüss. Ich hab's nicht mehr rechnen. Zu Teil waren das in die Gange. Hey, ist der gut, Drei. Mann. Und noch ein Zentimeter. So. Harald. Was ist in front of them, Henny? Honesty, Guys. Ich stoppe 40 ft. Das ist weit weg. Hm. Kraft ist okay. Kraft ist okay. Aber jetzt geht den da wieder am Loch weg, hm? Ah, ich seh nix. Scheiß. Ah, ich seh nix. Das ist mehr als ein halbes. Ich bin so blöd, ich kann nicht mehr rechnen. Ich kann nicht mehr rechnen. Ah, wieviel Ding hab ich ja schon verschenkt dadurch. Ich kann nicht mehr rechnen. Ob es dann noch klappt, dann wird das noch eine ganz andere Sache. Aber erst mal, dass überhaupt erstmal die Nähe kommen. Ne? Oh, nice line. Uh. Kaffee. Kaffee. Hm. Wie sieht es aus? Minus zwei Jahre, ne? Currently two under for the event. Minus zwei Jahre. Ach, Brock ist auch gekommen. Okay. Next up is this to shop hall. Helga, mein Schatz. Drück uns die Daumen. Bitte such immer die richtigen Schläge raus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, die ständig zu verbessern. Das ist ja immer wieder andere Werte, ne? Oder? Die, die einen dann auch noch überraschen können. Oder austricksen können. Wie gesagt, manche Sachen weiß ich gar nicht. Hier lieh und und sprungkraft oder wie das heißt. Drehmoment und dann scheiße. Alles. Alles gibt. Sprungkraft, ne? Wie der Wälder, wenn der aufkommt, dann nochmal wegkopsen kann oder so. Naja. Ach, aber Spaß macht's. Kann man nicht anders nennen. Es gibt eine andere Einstellung. Ich hab noch von Ihnen geholfen. Den Kasten, bitte. Ich hab noch von Ihnen geholfen auf. Ich hab noch schon bei der Unterhöhung. Ich hab noch nicht geholfen, aber es war nicht die richtige Art. Ich hab noch mit dem K-Tänこんにちは herausgekommen. Ich hab noch an Ihren. Der Kost. Besser. Ich bin jetzt bei Ihnen geholfen. ich zeichne uns jetzt wie es geht was auf so was haben wir gesagt so weit daran und so und hier nur ganz wenig ganz wenig das kurs von der tiefen ist alles relativ so weit hätte man doch nie weggedreht wenn man die linie nicht hätte was macht ihr jetzt perfekt ließ aber anders anders ich weiß so Das war ein Pupfer-Hole, das war.